Und das sind wir wieder bei The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Ich fände langsam echt den Überblick, der wissigte Part das ist. Äh, ja, im letzten Part haben wir die Viecher besiegt und, ja. Äh, ja, im letzten Part. Also ich hab euch, ich hab ja schon die Serie und den Film Deathloop erwähnt. Ich sag euch, die Serie und der Film, die Filme, sind zwei verschiedene Dinge. Ich sag euch, die Serie und die Serie und die Serie und die Serie und die Serie, das ist noch nicht. Oh. Oh. Ich glaube, es ist schwer, dass sie sich verpassen. Oh. 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 das teppt und so schnell schon jetzt sie was sich gibt müssen sind den geringen so es kann wieder ein bisschen dauern das ist es ist der Komunikator zu unterspringen zu zornen eventuell besiegt wird der riesige Schäden Eure Stierungen es ist der Weg es ist ein bisschen schon wieder Dauern Scheiße Also Ah ja ja Jetzt weiß ich es wieder Das ist ja schon Das ist ja schon Nein Ich muss den Spiel zu sehen Ich muss den Spiel zu sehen Ich muss den Spiel aus Guck 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 Das ist hier. 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 Das ist hier.